Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Chorus bzw. die Navigation mit Chorus und den Abbiegehinweisen. Das Ganze betrifft die Vertex 1 und 2 bzw. die Apex 1 Pro bzw. die Apex 2 und Apex 2 Pro. Die Uhren unterstützen hier alle die Kartennavigation und ist aber leider so, dass wenn ihr zum Beispiel die Komod-Schnittstelle nutzt, die vielleicht manche von euch nutzen, um das Ganze hochzuladen und auch die Routen zu importieren, diese hat leider aktuell noch keine Abbiegehinweise. Chorus hat im Zuge der Vorstellung der Apex 2 Pro auch schon in Aussicht gestellt, dass in Zukunft auch Routenplanung über die hauseigene App, also die Chorus App erfolgen soll. Das ist aktuell leider noch nicht möglich. Aktuell gibt es nur eine Möglichkeit, das Problem zu lösen bzw. hier mit Abbiegehinweisen sich navigieren zu lassen und zwar ist es die Nutzung der Seite PlotterRoute. PlotterRoute kommt in zwei Ausführungen, wir schauen uns jetzt beide gleich an. Die erste Ausführung ist die Webseite, also ihr könnt das Ganze einmal über die Webseite planen. Die zweite Ausführung ist dann in der App, das habe ich ja auch schon mal im Zuge des Navigationsvideos der Chorus App X2 Pro vorgestellt. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal auf dem Rechner an. Ja, da habe ich die Seite jetzt mal aufgerufen, das ist jetzt PlotterRoute.com. Die Seite ist an sich kostenlos, also ihr könnt das Ganze kostenlos nutzen, aber wie ihr oben schon seht, es gibt hier auch eine Premium-Sektion. Wenn wir jetzt einfach mal reingehen, da sehen wir so eine kleine Übersicht. Das Erste, was uns gleich ins Auge fällt, ist hier die Werbung, die uns eingeblendet wird, aber auch natürlich dann hier Speicherungsmöglichkeiten oder Nutzung von manchen Karten, die ihr entsprechend in der kostenlosen Variante nicht nutzen könnt. Für manche auch eventuell ein Nachteil ist auch, dass die ganze Seite hier auf Englisch ist, das heißt also, es gibt hier auch momentan keine deutsche Variante. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, wie die Routenplanung hier funktioniert, beziehungsweise dann, wie das Ganze hier entsprechend an die Chorus-Uhr übertragen wird. Wir haben jetzt einmal die Karte, ihr könnt aber auch einfach hier oben eine Adresse eingeben, wo ihr euch das Ganze mal anschauen wollt. Ich gebe jetzt einfach mal hier Nachbar vor Ort von uns ein und dann bekommen wir das Ganze auch schon mal angezeigt. Ich nehme jetzt einfach mal den Busbahnhof und da springt ihr dann automatisch entsprechend hin, wenn ihr das Ganze hier auswählt. Wir haben hier links ganz viele Menüpunkte, die ihr hier nutzen könnt, also die sind eigentlich, meistens sind eigentlich gar nicht relevant. Dann haben wir noch die verschiedenen Kartentypen, die wir nutzen können. Wir haben einfach die normale Street Map, dann haben wir eine Terrain-Karte, beziehungsweise Satellitenkarte und alles, was natürlich wieder Premium ist, ist hier mit so einem Stern hinterlegt. Aber für die Planung langt das eigentlich, was wir haben. Das Ganze basiert hier auf Open Street. Wir nehmen jetzt einfach mal die Terrain-Map und dann bekommen wir auch schon mal eine Übersicht hier der Berge an der rechten Seite, beziehungsweise auch nochmal eine bessere Übersicht der Gebäude, die hier entsprechend sind. Wenn wir jetzt die Karte mal ein bisschen reinzoomen, ich gehe einfach mal bei uns zum Milibokus, das ist so unser Hausberg in der Nähe, dann sehen wir auch schon mal alle Trails angezeigt. Also wir haben hier einmal auch die Unterscheidung zwischen, ja, so gestrichelten Linien, das sind auch wirklich dann Trails, beziehungsweise auch Straßen, also wirklich dann, so wie ihr das Ganze auch kennt, beziehungsweise was für die Planung auch dann ausreichend ist. Ebenfalls sind auch dann hier Wassergebiete eingezeichnet. Wir sind hier zum Beispiel die Flüsse, die hier langlaufen, beziehungsweise die Bäche. Also hier ist dann entsprechend auch alles enthalten. Ja, wie funktioniert jetzt die Planung? Das ist jetzt eigentlich ganz einfach. Wenn wir jetzt hier oben einmal durchgehen bei Road, dann haben wir jetzt hier alle Straßennavigation. Wenn wir On Food machen, dann sehen wir auch hier, dann wird hier zum Beispiel so Männchen eingeblendet, dann ist das Ganze per Fuß. Oder wenn ihr Fahrrad fahren möchtet, dann habt ihr hier so ein Fahrrad-Icon und entsprechend könnt ihr hier die Fahrradtour planen. Wir nehmen jetzt einfach mal On Food, das heißt also, wir gehen jetzt hier, bewegen uns per Fuß, beziehungsweise möchte laufen. Und wenn das Ganze starten wollt, ist es eigentlich ganz simpel. Wir gehen jetzt einfach mal hier zum Bahnhof in Bensheim. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Startpunkt, wenn man hier einen Zug anreist. Das wäre jetzt zum Beispiel hier an diesem Stelle. Dann gehen wir hier einfach, klicken einmal hier drauf. Dann kommt hier so ein kleines A. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut zu erkennen. Das sieht man hier. Und dann könnt ihr entsprechend hier die verschiedenen Wegpunkte anklicken. Und so kommt ihr dann nach und nach auf die Wege, die ihr haben möchtet. Ihr könnt aber auch ein bisschen rauszoomen und sagen, okay, ich möchte irgendwann hier auf diese Kalkgasse kommen. Da drücken wir uns mal drauf und dann findet ihr automatisch auch schon die Route entsprechend zu dieser Straße. Und so könnt ihr, wie gesagt, entsprechend hier alle Wege durchplanen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Trails, die sind so ein bisschen gestrichelt. Das sind so, klar, Wanderwege, die haben im Wald. Ja, diese Schotterwege. Und so kommt ihr auf jeden Fall direkt hier zum Ziel, das ihr haben möchtet. Falls ihr jetzt euch irgendwie verplant habt, zum Beispiel sagt hier, schiebt es jetzt irgendwie hin und ja, verplant euch jetzt und dann wird es hier zurück geplant. Dann gibt es hier auch rechts die Möglichkeit, den sogenannten Undo-Button zu nutzen. Da drücken wir uns einfach mal drauf. Und dann werden einfach die letzten Schritte entsprechend hier gelöscht und sind dann hier, ja, dann gelöscht beziehungsweise entfernt. Wenn wir uns dann mal das Bergprofil anschauen wollen, das ist auch ganz einfach. Wir gehen hier rechts auf Hills, da drücken wir einfach mal drauf. Dann bekommen wir hier direkt das Profil des Berges angezeigt. Und wir sind nach unten. Ich laufe jetzt gerade hier entsprechend der Steigung ab. Dann sehen wir auch immer den Button, der sich dann weiter bewegt. Dann wissen wir auch genau, wo hier welche Steigung ist. Und so könnt ihr entsprechend dann schauen, was ihr dann ja hier geplant habt. Ebenfalls habt ihr dann die Möglichkeit, hier rechts oben auch noch einzustellen, was die geplante Zeit ist. Da gehen wir einfach mal hier auf den Knopf. Da drücken wir mal drauf. Und dann kommt hier links ein Menü. Wir haben dann das Menü einmal für Wandern, für Running, also Laufen, fürs Radfahren oder dann auch fürs Reiten. Wir nehmen das Ganze mal für Laufen. Und hier könnt ihr auch sagen, was eure durchschnittliche Pace ist. Also zum Beispiel jetzt 6 Minuten pro Kilometer. Dann können wir hier auch noch Parameter einstellen, ob wir dann entsprechend langsamer werden. Oder auch sagen, ich möchte das Ganze hier auf den Berg anpassen. Das ist dieser Punkt hier. Wenn ihr sagt No, dann sehen wir hier, ändert sich auch direkt gleich die Zeit. Wenn wir sagen Yes, dann wird das Ganze hier entsprechend auch berechnet. Und die Average Pace, also die Durchschnittspace, wird dann hier mit 8 Minuten 02 pro Kilometer angegeben. Und so könnt ihr zumindest ein bisschen planen, wie lange die Route dauert. Das sehen wir dann auch nochmal rechts oben angezeigt. In diesem Fall wären es 40 Minuten 28, beziehungsweise auch hier links unten bekommen wir es auch angezeigt. Da sehen wir dann entsprechend, wie lang die Route dann hier ist. Wenn das Ganze geplant hat, könnt ihr das auch sichern. Das wäre dann in diesem Fall hier rechts drüben das Save-Button. Da drücken wir uns einfach mal drauf. Dann können wir entscheiden zwischen Public und Private oder Road oder Offroad. Dann sagen wir einfach mal hier Offroad. Dann können wir sagen Running, also fürs Laufen, Walking oder Cycling. Das ist in dem Fall Running. Da wählen wir entsprechend Running aus. Dann speichern wir das Ganze. Und dann bekommen wir jetzt hier auch einen Link angezeigt, wenn wir auf diesen Link draufklicken. Hier haben wir dann nochmal die Möglichkeit, die Route komplett anzuschauen. In dem Fall wären es jetzt 5 Kilometer, die wir geplant haben. Und wir können dann unten auch entsprechend die GPX-Dateien exportieren. Wenn wir jetzt hier draufklicken, dann kommen wir auch dann zum Download. Da sehen wir jetzt hier, wir möchten diese Route downloaden. Da haben wir auch nochmal die Möglichkeit, ob ich jetzt den Track oder die Route möchte. Also wir lassen hier einfach die Einstellungen so, wie sie sind. Dann können wir das Ganze hier downloaden. Wir sehen jetzt hier, die GPX-Datei wird gedownloadet. Jetzt ist aber leider so, momentan gibt es keine Anbindung direkt an Chorus. Also ihr könnt es nicht in der Chorus Trainings Hub hochladen und das Ganze nutzen. Das geht noch nicht. Sollte das Ganze jetzt nicht wie ich am Mac machen, dann müsst ihr das Ganze per E-Mail dann entsprechend an euer Handy schicken und hier die GPX-Datei öffnen. Beziehungsweise ich zeige euch das auch gleich nochmal, wenn man das Ganze über das Handy plant, wie man das dann überträgt. Solltet ihr Mac nutzen, habt es ein bisschen einfacher, dann geht ihr einfach hier auf die Datei und dann sagt ihr, das Ganze soll geteilt werden. Gehen wir jetzt einfach auf Teilen und da habt ihr die Möglichkeit, das Ganze dann per Airdrop zu teilen. Also wenn ihr natürlich ein iPhone habt und wählt es entsprechend aus. Dann sagen wir jetzt hier Übertragen und dann wird das Ganze auch schon auf dem iPhone angezeigt und hier könnt ihr euch dann entsprechend die App aussuchen, wo das ja geöffnet werden soll. Und dann sehen wir hier ganz unten bei mir, wäre jetzt hier Chorus, das öffnen wir jetzt. Und dann sehen wir auch schon entsprechend die Route hier auf dem Handy beziehungsweise auf dem mobilen Gerät. Und wenn wir das Ganze dann noch speichern, wird es entsprechend hier dann auch verwendet beziehungsweise können es ans Gerät übertragen. Wie das Ganze aber gleich aussieht, sehen wir nochmal, wenn wir es in der App geplant haben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal auf das mobile Gerät und schauen uns das Ganze nochmal in der App an, wie das dann hier auf der App funktioniert. Ja, PlotterRoute hat jetzt an sich keine eigene App. Ihr könnt hier einen Shortcut auf euer Handy machen, also ihr könnt die Seite aufrufen und entsprechend hier einen Shortcut drauflegen. Das habe ich jetzt hier zum Beispiel mit dem iPhone gemacht. Gehen wir jetzt einfach mal rein und dann kommen wir auch schon direkt in Übersicht. Ich sage einfach mal erlauben, dass ich ja entsprechend hier meine Navigationsdaten beziehungsweise den GPS-Daten freigebe. Und dann sehen wir jetzt auch schon mal die Karte hier angezeigt. Das Ganze ist ein bisschen aufgeräumter als jetzt hier am PC und auch ein bisschen, ja, ich sage mal, leichter gehalten oder auch abgespeckte Version. Wir bekommen einmal oben hier wieder die Karten angezeigt, die ihr auswählen könnt. Auch hier ist es dann wieder so, dass ihr die Karten nur nutzen können, die natürlich frei sind. Wir sehen unten dann nochmal hier Map, dann seid ihr direkt hier auf der Karte beziehungsweise haben wir hier Plotted Route. Das heißt also, wir machen jetzt eine Route. Wir können auch eine Route finden oder meine Routen anschauen. Aber ich würde sagen, wir planen jetzt einfach mal ganz schnell noch eine Route hier in der App. Die Kartengenauigkeit ist dann exakt genauso wie auf dem PC oder beziehungsweise auf dem Mac. Ebenfalls haben wir dann auch hier die Möglichkeit, Offroad beziehungsweise Byroad, also Straße zu Fuß oder das Ganze auf dem Fahrrad zu machen. Das können wir auch wieder hier auswählen, wie wir das Ganze möchten. Wir sagen jetzt einfach hier zum Beispiel On Food und dann wählen wir uns einfach mal hier ein Ziel aus. Sagen wir einfach jetzt hier Plot und dann da, wo wir stehen bleiben, wird entsprechend hier der Startpunkt gesetzt. Das ist jetzt hier. Und hier funktioniert ein bisschen anders. Das ist nämlich auch ein bisschen das Trickige. Das habt ihr gerade schon gesehen. Wenn ich jetzt hier irgendwo stehen bleibe, dann wird hier direkt die Strecke ja geplant. Und wir sehen es hier, da unten hat sich jetzt schon irgendwas verändert. Und das ist auch schon ein bisschen der Nachteil. Also wir müssen das Ganze hier einfach im Plot beenden. Und dann sehen wir jetzt hier, haben wir totales Chaos geplant. Also ihr müsst da echt ein bisschen aufpassen. Wir können das Ganze jetzt auch wieder zurücknehmen. Dann haben wir das Problem hier nicht mehr. Aber das ist doch ein bisschen kniffliger, als jetzt hier am Rechner das zu planen. Daher beginnen wir jetzt einfach nochmal. Sagen wir nochmal Plot. Und wählen jetzt hier die Straße aus. Und sagen wir wollen hier hoch. Und so könnt ihr dann entsprechend hier eure Strecke navigieren. Wir sehen auch hier, ihr sucht dann immer die nächste beste Möglichkeit. Und ihr habt hier die Option, das Ganze hier dann auch zu planen. Wenn ihr es beendet habt, dann gehen wir wieder auf Plot. Dann ist hier das Ziel. Und dann gibt es hier rechts oben die Möglichkeit, auf die drei Striche zu gehen. Da können wir uns ebenfalls nochmal kurz die Berge anschauen, beziehungsweise das Höhenprofil der Strecke. Aber auch hier haben wir dann die Option, wie schon auf dem Rechner, entsprechend das Ganze zu speichern. Sagen wir auch Save. Dann geben wir den ganzen hier einen Namen. Dann sagen wir Offroad, beziehungsweise Running. Und dann können wir sagen Save Route. Dann wird die ganze Strecke entsprechend gespeichert. Und hier bekommen wir ebenfalls einen Link angezeigt. Da gehen wir jetzt auch drauf. Und dann sehen wir jetzt hier die Testrunde, beziehungsweise das, was ich jetzt hier angelegt habe. Und hier gibt es dann auch die Möglichkeit, die GBX herunterzuladen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und da haben wir auch wieder die Einstellungen und Möglichkeiten. Das machen wir aber nicht. Wir gehen jetzt einfach hier auf Download this Route. Dann bekommen wir jetzt hier die Route angezeigt. Wir sehen auch schon hier, ich habe jetzt immer alles im Workout aus aufgemacht, deswegen wird es hier auch vorgeschlagen. Wir gehen jetzt einfach hier unten auf Mehr. Und dann bekommen wir hier alle möglichen Apps angezeigt, die das hier unterstützen. In dem Fall wäre das hier Chorus. Da gehen wir einfach mal drauf. Und schon wird die Route entsprechend nach Chorus importiert. Wir können uns das Ganze auch nochmal eben 3D-Muster anschauen. Dann sehen wir auch nochmal die Berge, die Steigung. Also hier ist dann alles nochmal sehr visuell dargestellt. Wir können dann auch nochmal die Maps ändern, zum Beispiel hier Satelliten. Wir können das Ganze auch nochmal anschauen. Und hier bekommt ihr dann auch noch so ein paar Highlights angezeigt. Wenn ihr damit einverstanden seid, geht dann einfach auf Save. Und dann speichert ihr schon mal die Route. Dann haben wir einmal die Option, direkt das Ganze schon aufs Gerät zu übertragen, also unten hier. Oder auch hier rechts oben nochmal auf den Stift zu gehen, weil hier könnt ihr entsprechend auch nochmal die Kontrollpunkte verwalten, beziehungsweise auch wenn ihr sagt, okay, der Kontrollpunkt ist jetzt sinnlos, den könnt ihr rauslöschen, dann könnt ihr entsprechend hier auch nochmal die Kontrollpunkte rauslöschen, die ihr nicht braucht. Das speichern wir jetzt einfach. Und dann sagen wir, wählen Sie ein Gerät. Das wäre in dem Fall die Apex 2 Pro bei mir. Die wählen wir jetzt aus. Dann sehen wir auch gleich, hier wird dann entsprechend schon die Route übertragen. Und wenn wir jetzt zurückgehen, dann sehen wir auch gleich, wenn wir mal in das Uhrmenü hineingehen, von der Apex 2 Pro, meine Route, dann ist diese hier oben direkt auch schon dabei. Und so bekommt ihr dann entsprechend über das Handy, beziehungsweise Plotter Route auf dem Handy, die Touren hier auf die Chorus-Uhren. Wenn ihr das Ganze dann übertragen habt, dann habt ihr entsprechend, wie gesagt, die Abbiegenweise auf der Uhr. Wie das dann in der Praxis aussieht, das schauen wir uns mal ganz kurz noch an. Ja, ich werde das Ganze jetzt mal an der Chorus-Apex 2 Pro zeigen. Und zwar, wenn ihr jetzt hier auf die Aktivität hineingeht, gibt es jetzt nun die Möglichkeit, bei den Navigationseinstellungen hier entsprechend die Routen auszuwählen. Wie ich das schon im Chorus-Apex 2 Video erzählt habe, gibt es dann hier zwei Optionen. Wir haben einmal die Komod-Strecken, die jetzt von Komod direkt synchronisiert worden sind. Hier haben wir jetzt keine Abbiegenweise. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal eine Teststrecke hier auswählen, die ich gemacht habe, dann bekomme ich einmal die Höhendetails angezeigt. Das sehen wir hier, da gibt es natürlich jetzt keine Höhenmeter, aber wir sehen jetzt hier die Wegpunkte, die sind auch schon angezeigt. Als auch, wenn wir dann hier in die Auswahl reingehen, beziehungsweise ja in die Abbiegenweise, sehen wir dann auch entsprechend, wann welche Abbiegenweise erscheinen. Und könnt entsprechend hier euch das Ganze im Detail anschauen, wann das ist. Und wir sehen auch hier, es gibt verschiedene Linksabbiegen, Rechtsabbiegen. Und es gibt dann auch, wenn es entsprechend ist, zum Beispiel hier scharf rechts, also es ist richtig scharf rechts geht. Und so habt ihr dann die verschiedenen Möglichkeiten bei den Abbiegungen. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal kurz in der Praxis an, wie das ausschaut. So, wir bekommen jetzt entsprechend die Route hier angezeigt. Das ist jetzt so eine kleine Testrunde, so eine kleine Runde, ich laufe. Und wir sehen auch hier die Pfeile, wo ich dann langlaufen muss. Also wird dann auch angezeigt, in welche Richtung ich gehen muss, gerade wenn wir jetzt hier so wie bei mir ja zwei Routenabschnitte drauf haben. Und dann laufen wir uns einfach mal direkt los. Ja, wir nähern uns jetzt der Kreuzung. Wir sind hier, wir sind aktuell auf der Karte drauf. Und wir kommen jetzt in der Nähe. Und wir kriegen hier den Hinweis, erreiche scharf links. Also wir müssen hier links abbiegen. Und das Ganze wird dann hier direkt schon auch angezeigt. Also hier rechts ein Signal und eine Anzeige und eine Vibration des Handgelenks. Also das ist eigentlich fast nicht zu verpassen. Ebenfalls was wir neu hinzubekommen, ist dann auch ein Datenfeld. Wir sehen hier, nächstes Checkpoint, nennt sich das Ganze dann hier scharf rechts. Bis zur Distanz sind es 80 Meter. Das ist jetzt hier hinten, wo ich gleich scharf rechts muss. Also auch das Datenfeld ist entsprechend neu vorhanden. Alle anderen Datenfelder bleiben auch erhalten. Das heißt also Pace und die ganzen Trainingsdatenfelder, die ihr eingestellt habt, das ist einfach nur ein zusätzliches Datenfeld, was dann hier mit dazu kommt. So, jetzt bleibe ich einfach mal auf einem Datenfeld. Das heißt also, ich bin nicht auf der Karte und gucke jetzt auch nicht drauf, ob da was ist. Ich habe einfach jetzt hier die Uhrzeit angezeigt. Anstieg, Abstieg. Ja gut, das ist jetzt hier nicht so spektakulär. Aber wir laufen jetzt einfach mal auf die Kreuzung zu und schauen einfach, was die Uhr dann entsprechend macht. So, und sie springt dann kurz vorher, also hier ist dann die Kreuzung, springt kurz vorher in die Karte hinein und zeigt dann direkt auf der Karte, wo wir hin müssen. Jetzt ist es schon da weg. Also bekommt ihr einen kleinen Aussichtspunkt auf die Karte. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass die App bzw. das Update relativ schnell kommt, dass wir eigentlich über Chorus planen können und nicht mehr das Ganze hin und her machen müssen. Oder natürlich wäre es auch klasse, wenn jetzt die Komod-Anbindung das Ganze auch ebenfalls anbietet. Das heißt also, dass die Abbiegehinweise dann auch kommen, wenn ich auf Komod plane und entsprechend hier das Ganze mit Chorus synchronisiere. Schließlich hat ja Chorus die Schnittstelle eingerichtet bzw. eingefügt. Dann würde ich eigentlich auch warten, dass dann ihr auch die Abbiegehinweise irgendwann auftauchen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt Premium-Mitglieder seid bei Plotter Root, dann könnt ihr auch hier externe Strecken hochladen, wie z.B. von Komod und laut Tooltip werden auf jeden Fall diese Strecken dann auch mit Abbiegenweisen versehen. Wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt hier nicht als Premium-Nutzer bzw. nutze es nicht als Premium, weil ich wie gesagt auf das Update hier bei Chorus warte. Wenn dich noch mehr zum Thema Chorus interessiert, ich habe oben meine Playlist rund um Chorus bzw. wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe oben auch meine Best-of-Playlist meines Kanals. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.